So, ich habe hier meinen Tarp aufgebaut. Der hält auf jeden Fall. Der ist richtig stabil, das schwöre ich euch. Oh, scheiße. Dieser Stock ist hier zu instabil. Das heißt, ich muss einen neuen Stock suchen gehen. So, ich habe hier meinen Tarp wieder aufgebaut. Und dieses Mal habe ich auch dieses hier so runtergespannt. Damit das hier so aussieht, wie das aussieht. Und guck mal, guck mal hier. Ich habe hier einen stabilen Stock genommen, der dieses Mal nicht abbricht. Aber der ist viel zu schwer und stabil und so weiter für einen so einen Spann-Dings. Und deswegen habe ich das mit zwei dieser Spann-Gurten hier gemacht. Extra, damit der nicht auf meinen Kopf drauf fällt. Falls einer nicht halten sollte. Weil wenn das hier auf meinen Kopf drauf fällt, dann spritzen ganz viele Gehirnzellen aus meinem Kopf raus. Und ich habe da ein bisschen Angst vor, dass dann zu viele Gehirnzellen wegspritzen. Und deswegen habe ich das genauso gemacht.